So warte, du wolltest uns etwas mitteilen. Was wolltest du uns denn mitteilen? Ich bin noch nirgendwo gewesen, wo die Kapelle und die Musik so fleißig spielt wie hier. Irgendwo spielen die drei Lieder Pause, Toter Punkt im Saal, dann fangen die langsam wieder an, drei Lieder Pause. So wie hier habe ich noch nie erlebt. Einfach nur super. Dankeschön. Vielen Dank.